Ein Testchen Ardis, bitte. Willst du ein paar Killer-Sticks kaufen? Nein. Willst du ein paar Killer-Sticks kaufen? Ich bin von der Drogenfahndung. Oh, ich will nach Hause gehen und mein Leben überdenken. Ein Glas vom Feinsten, bitte. Hi, was geht ab? Gar nichts. Oh, naja, ich bin übrigens ein Klon der großen Armee der Republik und hab grad Feierabend. Und, ja, wer bist du so? Oder was machst du so beruflich? Ich bin Fett. Boba Fett. Kopfgeldjäger. Ah, ich bin... Mein Drink! Ich sag dir, Sifflot ist auch nicht mehr das, was es einmal war. Früher hatten wir ein Imperium. Jetzt sind wir nur noch zu zweit wegen dieser blöden Regel der Zwei. Tze, vollkommener Quatsch, wenn du mich fragst. Und warum erzählst du mir das jetzt? Ach, Idiot. Hast du mich einen Idioten genannt? Vielleicht... Au! 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 Oh. Au. Darf ich mal? Dankeschön. hm 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 hm. Sieg Sieg Diese